hey alle zusammen willkommen bei mir jay gatsby hallo und meine beiden mitstreiter hier myriad und marcel oder marcel und myriad 2 hallo ja die beiden hat sich gerade eben gestritten wer zuerst genannt wird und so weiter dementsprechend auf jeden fall wir wollen heute den bürgership uns holen der ist im termiten im termiten hügel nest sozusagen und ja dementsprechend den holen wir uns wir haben uns natürlich auch super vernetzt hier inzwischen also mit unseren seilrutschen dementsprechend ja auch alles mögliche hier erschlossen wo eine gemütliche fahrt haben wir jetzt können uns natürlich alle schön hier mal angucken wie die programmierer das hier alles gemacht haben also ist echt sehr schön gewonnen gut jetzt noch ein kleines bisschen neblig wir haben ganz früh morgens damit ihr dann auch gleich mehr seht haben wir erst mal kurz geschlafen aber es wird ja immer heller ja mir fällt auch gerade auf weil es ist ja so marcel ist am posten und bei mir ist jetzt hier der 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 was sind das doch gleich pure energie wissenschaft quatsch der nebel hier an der linde noch zu sehen nein auch nicht richtig eichel und das ist bei marcel natürlich nicht so da ist dieser neben nicht mehr zu sehen liegt wahrscheinlich daran dass ich die quest nicht gemacht habe also die anfänglichen quest nehme ich jetzt mal an und also auch gar nicht machen brauchte also ich brauchte sie nicht machen und ja dementsprechend sieht das nur das sieht doch toll aus richtig schön richtig schön und wer es noch nicht mitbekommen hat da hinten auf diesem spielzeug da liegt übrigens ein scab zeige ich euch immer einen anderen video auch wie oder beziehungsweise wo der genau liegt so und ansonsten wollen wir hoffen dass das hier relativ gut läuft weil graue hat doch ziemlich viele fehler und das führt meistens dazu dass es echt ärgerlich wird aber naja wir schauen ok moment noch mal gucken hier also der bürger chip liegt da jetzt da hinten ist der bürger chip das heißt wir müssen also in den termiten bau rein und in termiten bau rein heißt natürlich wir müssen uns machen mit den fiechern haben wir nicht so richtig bock drauf ganz ehrlich wir haben also ein shinobi schnupfen dabei dadurch wird man unsichtbar und wir wollen damit versuchen da reinzugehen ohne dass wir uns machen müssen wäre schon schön soll ich aber trotzdem noch mal gucken die richtung fast gut passt gut oder dank alles klar ok dann gehen wir mal hier lang ach komm dann lass mal sein oder musst du schon ja eigentlich wollen wir im bürger chip ach komm los drauf hier los los ja lass ich uns verhauen dann an einer nach vorricht entdeckung ja blocken ja da hat sich gerade hoch wir müssen zusehen war nicht zu sehr sich halt okay das ist ein bisschen ausdruck wäre schön bereit für einen ritt auf dieser schabe ja 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 kommt mich schon wieder an wieso wieso mich ja du hast so ein gesicht dafür los da heißt ich gerade wieder hoch ja der mag mich besonders ich möchte das ja so jetzt fehlt mir wieder ein ausdauer hier verdammt noch mal ok ok zu spät gewechselt alles klar soll ich noch irgendwas mitnehmen während währenddessen wir hier auf dem weg sind ich glaube nicht nur noch mal eine extra farben runde zum beispiel wie ihr wollt ja ohne flink hier durchkommen ja das sieht eigentlich alles ganz gut aus hier und hier in der bestimmt gleich so ein flunker flunker typ um das flunker flunker was meinst du denn jetzt damit alles gab es also der funk hat flunker doch du meinst blitzer das flunker was ein blitz hat diesen blitzschnell weg ja 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 das gaben da wollen wir noch mal gucken dass man da den spawnpunkt finden und uns was einfallen lassen dass wir die auch dann möglichst massenhaft kennen können aber das machen wir nicht mehr heute nein 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 bis gerade jetzt aufgetaucht ja es hat ja vorsichtig siehst du da unten an der erdschicht nein das ist ja da rumkommen nein das war eben nicht zu sehen aber nichts bei mir schon ist bei mir gerade ist aufgetaucht erinnern wir uns grounded nicht immer alles perfekt wird das zeichnet man die erdspur bei mir war doch aber gerade nicht genau so sie sagen jetzt sollten wir auf jeden fall allerdings nehmen den ersten krank ja wäre besser ja bin ich jetzt unsichtbar oder nicht ich habe das noch nie benutzt ich auch nicht okay so war ich ja wie ist auch kein cool dann irgendwie wie lange es hält oder sonstiges ja ist das nur für die sekunde wo wir das benutzen wird das ist also absoluter humbug das ist ja schon irgendwie besser also shinobi schnupfen wohlfans brauche ich auch wieder trotzdem noch mal okay die eine hängt da fest lasst uns warten wir ziehen die raus mit der zeit ist die bessere idee aber da waren blitzer verdammt 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 bei denen genau war auch meine idee das war auch meine idee stimmt ist ja nicht zielen und dann naja gut okay hier geht es ja noch abgesehen davon dass wir ja auch gleich wieder rauskommt aber gleich wird jetzt ein bisschen haariger das war das ist doch in einem loch über uns so mehr oder minder über uns nahe hier hier ja hier klasse na klasse so wurde wenn auf dem weg bin auf dem weg moment verdammt das ist ja runtergefallen allerdings der begleiter hat nicht gezündet also das übliche kenne ich okay da kann man einfach so rein bringen auch einfach so ist gut okay wir sind einfach so jetzt gerade man kann da ja auch ein bisschen anders rüber man kann ja auch da lang da sind wir doch da auf den nagel rauf und dann ja man kann aber auch hier lang so immer noch ein paar splitter mit ich glaube nicht das bitte haben wir noch also wird wir bräuchten werden halt die müll die müllen fälle ja noch genug zeit haben machen wir das auch noch noch hauptsache die segeln nicht dran vorbei hier hat geklappt so einen moment der böse ist mein erster schild ist gleich schon kaputt das ist schlecht verdammt mein schild ist kaputt ist sie nicht quatsch ich habe doch die dings ausgerüstet auch machen was mich wahnsinnig nein alles darf alles in ordnung wie gesagt lass uns mal die ein bisschen hier ausziehen kommt weiter da unten das kommt immer mehr aber jetzt verstehe ich doch mit die unsichtbarkeitstanz das wollte ja kommt weiter 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 runter hier so um bitte na her sind zu viele irgendwie das ist nicht schön vorsicht vorsicht nicht von hinten wie wäre es wenn die auch kaputt gehen hier so unfassbar also so sagen wir den pfeiler ein wasser das liegt ja gar nicht so schlecht und es lief eigentlich ganz gut finde ich alles mal kurz auf karte gucken dann sehen wir es doch ungefähr ich glaube hier vorne müssten wir rechts abbiegen das war da geradeaus war irgendwo einer hellen stelle lass mal hier reingucken lass uns mal hier habe ich ihn besucht so schön ist nur einer ja aber ich jetzt gerade ausgucke würde ich sagen wir müssen hier lang und danach aber wir sind doch hier und da kommt auch einer nach rechts rum geht auch da vorne sehe ich nämlich auch pure wissenschaften und drei terminen so schön ist hier ein netz etwa wenn du den links hier mit dem stechmücken schnell stacheln nimmst dann heizt du dich damit auch der hat also lebensentzug ja ja ist ja gut ist ja gut meine rüstung ist fast im eimer nein wo kommt der schon wieder her super moment wartet ich muss essen ich muss was essen und noch mal schnell verband nehmen wissenschaft hier hat sehr schön aber warte mal warte warte ich tue mal die rüstung tauschen wie sieht eure rüstung aus hier noch auf gespeichert bei mir geht nichts mehr rüstung moment 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 uiuiui da war ich in besuch ja alles gut ja komm los also meinen und stachel muss ich jetzt auch noch wechseln ach halt so machen die versuche ich mal von hier hinten abzuschießen die da versenkt die idee warum nicht ich glaube die kommt hier ist eine kleine ich glaube davon hängt aber auch noch eine und eine kommt noch nach 92 kommt auf mich zu habt ihr das gesehen gibt es doch gar nicht mich in den rotz rein bloß nicht in den rotz rein es passiert es ist es ist das war mein schild geht noch nein 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 also jetzt müssen wir doch hier gleich leer haben gibt es doch gar nicht was noch eine ich glaube den weg haben wir jetzt recht gut frei hier genau ich glaube hier war das hier muss man da glaube ich muss warum damit wir zum boge chip kommen oder was hier durch kann natürlich auch sein das ding ist ja immerhin relativ groß muss ich sagen ich gucke mal für karte ja probieren wir es mal weiter ich muss hier weg ich muss hier weg weg lauf zurück lauf zurück lauf lauft da scheint um wie die königin zu sein oder so die ist riesig oder ist ja klar raus hier weg ja ich bin mir nicht so sicher nein lass ich in ruhe wieso hast du das machen wir sind zu dritten mensch ich denke dein schild ist fast kaputt hast du noch ersatz mit nö aber finden sie euch als schilder ist richtig gewürzigen dinger ich hatte gerade hunger sorry ich wollte euch nicht stören hier bei eurer mission stören nicht alles gut ach ich habe zwei feile von dir da ich nur noch zwölf habe müssen meine irgendwo anders sein ne komm ich habe egal das ist jetzt die beste chance lass uns den boge chip erst holen und dann gehen wir dahin ja so ist der plan glaube ich besser na komm nimm dies sagst du jetzt nur weil wir danach eh nicht mehr dahin können wieso nicht ja weil denn alles kaputt ist natürlich aber dann dahin ganz besonders dann umso mehr fischer kaputt sind umso besser ist es doch da haben wir wenigstens nichts mehr was uns ja außer wenn wir natürlich sind dann bringt sie noch öko power irgendwie ja ja wenn die mir ein oder zwei geben ja ich krieg sie genau mein hp ist ziemlich niedrig ja so nimmt die auf ja mir liegt hier nichts was doch 1 2 3 4 stück war uns genau ja dann passt gut hier schmeiße die pilze und pilze gibt es hier auch die kapitel kannst du lassen die pilze habe ich schon gesammelt hier ist noch mehr 17 stück habe ich immer für blau und baum mit das ist ein zahn ein milchmuller mega milchmuller oder muller naja muller oder ok ok kann man die pilze zu etwas größer ist größeren esbar machen bei dem rezept vielleicht die sind insgesamt ganz gut für auch die schnelle irgendwas ok ich habe jetzt 62 stück also wir sind konnten vieles welchen mit denen ja kommt schon auch da also hier sind wir noch nicht lang ja da geht es raus dass das mal durchgeflüchtet ach so ja das kann sein ja kann man ja nicht alles merken hier in dem bau man ist das schon ganz schön lange her da haupte die stecken kommen jetzt sicher nicht rein durchglitschen oder sowas naja 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 was denn ok ich bin falsch ja sind wir falsch ja wahrscheinlich ist die bei dir bei den timiten könig oder königin drin der chip dann ist sie aber neu da kommt wir haben sie den standort dann geändert so gut möglich ich weiß ja doch hier und dann gehen wir da einfach rein naja ja schon gespeichert habe doch war das gesagt ja das drunter ja aber so haben wir die gänge hier auch alle abgeguckt und wir sollten langsam hinne machen weil die regenerieren sich schon recht so schnell recht bevor dass ich meinen krit mutation hat also das redet einmal schon echt die nach hier bekommen rinder ins loch so und speichern gute idee zuschauer wenn es auch ein bisschen peige aussieht macht es trotzdem die würde sind er bereuen es ist keine schande mit strategie vorzugehen legitimerweise haben wir die möglichkeit hier zu speichern und warum sollte das dann nicht tun für den fall das sind wir wieder hier braucht ihr noch was zu essen momentan nicht alles gut habe mir ein paar pilze noch eingefiffen zusätzlich hatte lasst die kommen was da sind ganz schön viele noch mit drin das heißt ganz schön viele ein zwei so sichtbar ja natürlich jetzt so richtig blöd zu sehen die olle ja das läuft nicht damit könig ja ja wie viel hp hatten das viech das siehst du doch nein sehe ich nicht so selbst wird oh ja oh ja ich habe mich nicht bewegen und damit sind wir auch noch ich habe nicht mal sehen verdammt und was gab es als lud so und sie da hier müsste das bürger chip liegen ist mega milchmolar da ist auch nach prima ja die muss mit einem hammer kaputt haben habe ich da ist auch mega muss ich mal haben mich muller muller klasse ok wer hat hunger ich nicht bei mir ist alles gut hinten noch zu sehen nix und da auch nicht so gut dann lasst uns hier mal raus wir sind schon offen weg mir ist noch eine wort spinne finden wir finden definitiv ganz oben haben wir ja auf jeden fall eine da können wir auch noch dies und das mitnehmen du meinst das und dies oder jenes und welches ja willst du jetzt schon wieder hin und dann warst du hier nein hier hier ist der ausgang also müsste er eigentlich sein ich meine nicht den ausgang ich meine den anderen jetzt hier der ist besser der weil der füllt uns direkt nach oben wollt ihr mich flachsen oder was wieso ich stehe jetzt hier genau in der mitte einer sagt da lang einer sagt da lang okay okay war doch nicht hier nein das war nicht da ja runter bin ich doch gar nicht gelaufen nein nein das war andersrum nicht hier runter sondern da oben ja da müssen wir schon hier lang junge 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 wir haben hier eine spinne schon mal ja wenn eine töte eine wohl spinne oder töte wohl spinne zwei von wir haben wir ja aufpassen ja wenn ich drauf gehe ich drauf kann ich jetzt noch nichts machen ja aber muss ich kein schlag trifft okay dann springen wir hoch so habt ja noch eine ja ja umso schneller haben wir jetzt auch hier die gift resistenz verpasst ja 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 los also läuft also noch zwei schärfe dinge und die nicht essen hunger lieber was hättest du früh früh sagen können ja doch schon ein paar mal gesagt aber sonst werde ich noch helden totgestorben totgestorben nein nein sagen wir mal einer ein gut und dann ist es mal einen platz mehr ich habe mir die jetzt alle ein bis 13 stück davon sind ja immer safe gut ja und demnächst gehen wir auch mal an jeder zwei das schon nicht da gehen wir auch mal rein sondern da kommen wir ja gerade raus da helfen die leute das noch ich glaube da ist noch nicht nur da weil sich die nicht schon ab vielleicht weil wir waren ja schon mal jungen ja jetzt auf den münze aber ich glaube nicht die haben blutigen sagt dann kommen wir runter wussten du da unten mein freund natürlich wie trocken nicht da glaube ich jetzt sagen wieso also eigentlich müsste ich jetzt die anbrust in der hand haben nein ich müsste ja deswegen ich habe sie nicht so also warum das fängt wieder an rum zu spaß dann lassen wir das einfach dann schauen wir doch einfach mal auf jeden fall zu alles gut alles gut ja wieso du bist wahrscheinlich voll oder ja muss ich noch trotzdem weg sind können weil das eine gehen ein und so weiter raus ja du hast jetzt zwei in der hand das schild natürlich ist ja schön und gut das milchmüller aber wie kommen wir da rein habe ich schon denn der so von der sache an sich bullshit haben wir die spinners haben wir auch der mietenkönig haben wir sogar auch wunderbar ist auch super gelaufen wird angegrissen ich habe gleich mit aber ich würde sagen also bis zum nächsten mal tschau tschau tschu kommt